Ahibhukasana ist eine der vielen Bezeichnungen für Majurasana, die Pfauen stellen. Ahibhukha heißt Pfau und Ahibhukasana ist also der Pfau. Felix zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Fersensitz. Vom Fersensitz gibt die Hände auf den Boden, Handflächen auf den Boden und dann gibt die Ellbogen in den Bauch hinein, gibt dann den Kopf nach unten zum Boden und strecke die Beine aus und hebe den Kopf hoch, hebe dann die Füße hoch und dann balanciere auf den Ellbogen. Das ist Ahibhukasana, die Stellung des Pfaus. Zugegebenermaßen, Ahibhukasana wird in Aufzählungen von Asanas beschrieben, wird aber nicht genau beschrieben in klassischen Texten, wie es zu machen ist. Weil er bei Ahibhukha wörtlich Pfau heißt und Majura auch Pfau ist, kann man davon ausgehen, dass mit Ahibhukasana die Pfauenstellung gemeint ist. Und dann wird er bei Ahibhukasana die Pfau ist, das ist auch die Pfau ist, Und ich bedanke mich, dass man sich auf die Pfau ist, dass ich nicht mehr über die Pfau ist,